So, moin Leute, willkommen zu Rocket League, mal wieder. Es wird mal wieder Zeit, wir spielen mal wieder ein paar Runden. Diesmal habe ich auch geplant, mal ein paar mehr Folgen vielleicht mal wieder aufzunehmen. Dass ich ab und zu mal ein paar Folgen Rocket League parat habe. Das ist kein guter Start. Habe ich... Ich war doch dran an dem Ball, oder? Oder war das mein Fehler schon wieder? Oh, naja, ich war dran, aber ich war nicht gut dran. Shit. Ja, das geht gut los. Also, wir kriegen direkt erstmal auf den Sack. Aber, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Das kriegen wir hin. Oh mein Gott, ich habe viel zu lange gewartet. Ich wollte den Ball eigentlich erst auf den Boden aufkommen lassen und dann dagegen schlagen, damit ich ihn so schön ins Tor reinlupfen kann, so ein bisschen. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ihr gesehen habt. Oh, komm, komm da. Oh yes, da kommt die Gelegenheit. Yo. Da haben wir unser erstes Tor. Schön. Wir sind noch in der Einrankungsphase. Wir spielen natürlich 2 gegen 2, wie ihr seht. Und irgendwie sind wir immer in der Einrankungsphase. Das liegt aber daran, dass wir so selten spielen. Und andauernd irgendwie eine neue Season beginnt. Das ist aber nicht schlimm. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil... Ja, aber da... Oh Gott, was ist hier überhaupt los? Also, es ist ein recht einfaches Match. Ich hatte eben schon mal eins gespielt. Das war schon ein bisschen kniffliger. Aber dann leider 1 zu 2 verloren. Aber ganz knapp das Match. Aber das hier sieht soweit ganz so entspannt aus. Dann wäre jetzt übrigens die Angler heute oder heute oder am Wochenende. Ich weiß noch nicht, wann dieses Video hier genau kommt. Erwartet hat. Den muss ich leider enttäuschen. Ich werde die nächste Zeit noch mittwochs ein paar Mal wahrscheinlich die Angler bringen. Aber vermute ich auch nicht mehr allzu lange. Ich habe nämlich vor, das dann... Oh, shit. Das dann demnächst mal durch irgendein anderes Spiel auszutauschen. Weil, ähm... Ja, es gibt mir nicht mehr ganz so viel, das Spiel. Und es wird auch nicht so viel geschaut. Ich meine, es ist ganz lustig und so. Aber, naja, wir machen halt immer dasselbe. Gut, man könnte jetzt sagen, bei Way of the Hunter mache ich auch dasselbe. Aber da gehört ja das Jagen und das Suchen zur Jagd dazu. Und das ist halt... Oh, oder die Latte. Das ist es halt beim Angeln nicht, ne? Ich meine, man geht an ein Gewässer, wirft rein und guckt, ob ein Fisch anbeißt. Ja, und auf... Es gibt zwar wahrscheinlich noch einiges... Oh, shit. Ah! Es gibt wahrscheinlich noch einiges zu tun, ja. Aber... Ja. Ich meine, es wird ja auch... Kommt ja auch bei euch so mittelmäßig gut an. Deswegen, ja. Werden wir mal was anderes wahrscheinlich ausprobieren. Oh, da hat er mich outplayed. Aber jetzt erstmal füllen wir mit Drop in League wieder ein paar Lücken. Wenn ihr Ideen habt, was wir gerne mal spielen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich habe selber noch nicht wirklich meinen Plan, was ich... Oh, schöner Pass. Ich habe nur verkackt. Oh, was ich stattdessen bringen kann. Oh Gott, dieses Spiel ist irgendwie anstrengend gerade. Also es ist ein ständiges Hin und Her hier. Aber ich freue mich immer wieder, wenn die Gegner dann mal verkacken. Dann habe ich mal kurz eine kleine Ruhepause. Aber unterschätzen sollte ich sie halt auf keinen Fall, weil... Ja, die sind schon okay, würde ich jetzt mal sagen. Sie sind jetzt nicht Profi-mäßig unterwegs, aber... Ja, neben den ganzen Fehlern machen sie halt auch mal ein paar Moves, die Sinn machen durchaus. Äh, ja. Oh, ich dachte, das wäre ein geiler Pass gewesen, ehrlich gesagt. Ne, den Boost kann ich dir leider nicht gönnen, mein Lieber. Oh, mein Gott. Das war knapper, als es hätte sein müssen. Oh, komm, komm, komm. Oh, schade. Ich dachte, ich treffe den nochmal in der Luft irgendwie. Ja, aber ich sehe auch noch ein bisschen Training hier angesagt, ja. Ein bisschen Dribbling muss ich noch ein bisschen üben. Ein bisschen, vor allem Air-Dribbling muss ich üben. Kann ich ja so gut wie gar nicht eigentlich. Aber mit dem bisschen Fliegen und Spielerfahrung komme ich auch zurecht. So, halbwegs. Oh, natürlich kriegen wir in dem Moment ein Tor. Wenn ich von Spielerfahrung rede. Und in dem Moment mal kacke ich natürlich auch noch. Hm. So muss das sein. Aber ja, wir bewegen uns so im Bereich von... Momentan Diamant 3 und... Ich glaube, es ist Platin 1. Also Platin, das... Ne, es ist nicht Platin. Ich sag immer Platin. Ich glaube, es ist... Ach, keine Ahnung. Irgendwas lila, was ich auf den Rädern habe. 1. So. Oh, der Pass. Hm, schade. Ich kann den eigentlich ganz geil. Oh, Outplayed. Damit hat er nicht gerechnet. Oh. Habe ich ihn aber auch. Outplayed. Also da konnte er nichts machen. So, wir sollten jetzt dafür sorgen, dass wir den Sieg auch sicher haben. Ja. Keine Tore mehr weggeben hier. Sicher spielen am besten. Oh. Ja, aber es war gut. Es war gut. Der Mate macht jetzt vielleicht ein Tor. Schade. Ich werde mal ein bisschen defensiv bleiben. Oh. Oh, nee. Ich hätte zwar bekommen den Ball, aber nicht wirklich gut. Also war nicht mein bester Flug, muss ich sagen. War nicht mein bester Flug. Ist aber okay. Denn jetzt kriegt man ein Tor dafür, oder? Ne. Geht so weit nach links. Schade. Naja, ich mach dir das mal nur. Eine Minute. Ich bleib mal ein bisschen defensiver. Dann haben wir das Spiel eigentlich gesagt. Da muss ich ran, auf jeden Fall. Bin gerade ein bisschen confused, was die machen. Oh. Okay. Ab nach vorne. Das ist das Wichtigste. Und... Gott. Ich meine, ich dachte mir fast schon, dass der über das Tor geht oder zu hoch ist. Aber... War schon knapp. Genau wie das. Das war auch so knapp. Das wird auch knapp. Ich hab kein Boost. Ich kann halt nichts machen gerade. Okay. Okay. Alles nochmal gut. Gut. So. Schön nach oben. Oh shit. Ich... Ich wollte defensiv spielen. Und dann mache ich so einen Scheiß da vorne. Der Hammer, oder? Hammer. Hammer. GG schreibe ich da auch. War ein gutes Spiel. Knapper als... Äh... Knapper als erwartet. Aber... Nehmen wir mit. Hey. 600 Punkte. Yes. Ja, momentan sind wir auf Niveau Diamant 3, wie ihr seht. Aber wir gehen weiter nach oben. Wir gehen weiter nach oben. Gut. Nächstes Spiel. Äh... Äh... Ich hab nicht auf die Aufnahme gedrückt. Entschuldigt, Leute. Aber, äh... Das ist das nächste Spiel. Es hat gerade erst angefangen. Ja, ich war schon irgendwie... So fokussed auf das Game. Ich war schon so, okay, ich bin bereit. Es kann losgehen, meinetwegen. Wo muss ich... Muss ich als Erster fahren? Was auch immer. Wer ist mein Mate? Und dann so... Oh, warte. Ich muss auch noch auf Aufnehmen drücken. Er hat nichts... Uh... Das war ein Outplay von ihm. Nicht schlecht. Ich hab nichts Spannendes verpasst soweit. So, jetzt aber mal hier nach vorne. So, gib mir mal ein bisschen Boost. Ich brauch was. Gib mir doch was. Oh, okay. Oder was? Schade. Hätte eigentlich jetzt schon fast mit einem Tor gerechnet. Sorry, ich schreibe da. Ist okay, mein Freund. Oh, ups. Da habe ich ihn ein bisschen im Weg gestanden. Hat er aber gemacht. Hat er gemacht. Ich krieg's sogar den Pass. Bup. Naja. War nicht so geplant, aber ist okay. Kann man machen. Okay, von den Gegnern will gar keiner ran. Ey, das Boost wollte ich eigentlich haben. Das ist immer ein bisschen gemein. Der Mate hat aber extra das Boost nicht mitgenommen. Weil der achtet auf seine Teamkollegen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, da gehen wir nochmal ran. Geh in die Mitte. Oh, und der Mate macht den. Oh, schöne Sache. Das schreibe ich sogar mal. Danke. Schreibe ich mal. Danke. Oh, das ist doch schön. Mal wieder freundliche Leute in dem Spiel. Habe ich lange nicht gesehen. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum die nicht zum Startplan am Anfang. Oh, habe ich den gerade berührt? Das wollte ich gar nicht, aber ja. Kein Problem. Habe ich alles im Griff. Oh, mit Boost habe ich das jetzt auch im Griff. Gut, dass da keiner war, weil sonst wäre das safe ein Tor gewesen. Okay. Geht ja verkackt wieder. Oh, mein Gott. Habt ihr die Parade gesehen? Habt ihr die einfach nur gesehen? Bin einfach blind links hinterher geflogen, aber hat funktioniert. Okay. Ja, der kommt ziemlich gut, mein Freund. Kommt ziemlich gut. Oh nein, den habe ich so schlecht bekommen. Oh, der hätte... Oh, mein Gott. Der hätte eigentlich safe reingehen müssen, aber... Naja. Hat ein bisschen zu wenig Speed. So, einmal nochmal nachgesetzt. Jawoll. Jawoll. Ja, der Boss macht das. Der Boss kümmert sich da drum. Und der erste Gegner hat auch das Spiel schon verlassen. Tja, so ist das. Dann wird es jetzt wohl eine Aufgabe bevorstehen. Ja. Voll. Jawoll. War wirklich ein gutes Spiel. War wirklich ein gutes Spiel. Zur Feier des Tages hängen wir noch eins dran, würde ich sagen. War ja relativ kurz. Gut. Dann bis zu Spiel Nummer 3. So, diesmal rechtzeitig auf dem Aufnahmeknopf gedrückt. Kann losgehen von meiner Seite. Let's go. Hier ist die Map neu. Die kommt mir nicht so bekannt vor, mit dieser Brücke mit dem Grund. Mal einmal ein bisschen orientieren. Oh, mate. Ich fahre am besten ins Tor. Hat eine ganz doofe Position, so unter dem Ball. Da hätte einfach jemand über mich drüberhauen können. Und dann wäre das Ding entschieden gewesen. Oh, der kommt ja auch ganz gut. Scheiße, nein. Wie? Wie habe ich den so hart verkackt, ey? Das ist ja peinlich. Peinlich ist das. So, noch einmal Vollrückzieher. Ja, genau, genau. Macht ruhig, macht ruhig, macht ruhig. Oh, shit. Dann werde ich ein bisschen durch die Gegend gereicht. Dachte, ich könnte ihm den Ball so einfach abnehmen. Ich lag falsch. So, einmal geblockt. Und weiter geht's. Shit. Da haben sie mich blockiert. Leider. Aber die sind auch, also, ich weiß auch nicht. Die haben auch einen komischen Spielstyle, so die Gegner gerade. Komme ich noch nicht so ganz mit klar. Mate, wie sieht's aus? Oh, ups. Ah, mate weiß ich auch noch nicht so ganz. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Oh ja. Das war gut, aber der Mate ist vorbeigefahren. Der Pass ist da. So, einmal hier. Der macht das schon selber, den Pass. So, kann ich wegbauen. Okay, der kommt auf mich. Okay. Musste ich gar nichts machen. Die klären das von ganz alleine. Die liefern auch die Pässe von ganz alleine. Aber ich kann sie leider nicht so gut verwerten, muss ich sagen. Der Flow ist gerade noch nicht so drin in diesem Spiel. Da. Ja. Boah. Krass. Ja, schieß. Schön, 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 schön. Habe ich dir doch mal mein Bestes gegeben, den nochmal irgendwie reinzubringen, ja. Die sind ganz leicht berührt und so leicht an die Seite vom Gegner. Aber dann lag er frei vom Tor. Wunderbar. Gut, das ist soweit, auch was ich von diesem Match erwarte, ja. Ein Sieg. Ich meine, die Gegner, ja, spielen an sich okay, aber ein bisschen verwirrend. Die sind nicht sehr eingespielt zusammen. Sind auch kein Team, oder? Ne, merkt man. Okay, mate, ich bin bereit für eine geile Hereingabe. Geile Hereingabe. Okay. Ey, Bruder. Machen wir nicht den. So. Boah. Oh ja, geil. Geil, mate. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich hatte genau dasselbe vor, ja. Einfach unter den Ball und nochmal hoch lupfen, aber dann schön gegen den Posten. Alle springen so vorbei, alle der Reihe nach Outplayed. Und dann mache ich den einfach rein. So einfach ist es. Jawohl. Die Gegner ist immer schön zerstört. So, erstmal hier, Outplayed. Oh, schade. Der Mate, der ist ja gemeingefährlich. Okay, da habe ich, glaube ich, dem Mate im Weg gestanden ein bisschen. Das war nicht so gut. Oh. 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 Okay. Legendärer Torschuss, würde ich sagen. Ja. Nein. Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir lag, aber ich glaube, der Mate hat den Ball abgefangen. Oder ich habe ihn einfach nicht gut getroffen. Ja, war ich zu weit weg einfach. War ich zu weit weg. Habe ich auch gerade nicht damit gerechnet, dass der gefährlich wird. Ah. Ja, der kam von ganz da oben, der Bruder. Damit habe ich echt nicht gerechnet, weil wir Gegner spielen nicht so, als müssten sie so was drauf. Als würden sie so was drauf haben. Naja, gut. Haben sie uns auch mal davon überzeugt, dass sie auch was drauf haben. Wir liegen noch ein Tor vorne. Alles in Ordnung. Können sie ja machen. Das geschaltet das Ganze nur spannend, würde ich sagen. Schade, wäre ich einen Tick früher dran gewesen. Wäre der nicht mehr dran gekommen. So, fangen wir mal zum Tor. Ja. Versuche ich mir mal vorzulegen. Ah, der war ein bisschen zu weit. Wo ist der Mate? Der Mate ist bereit. Ah, nee, 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 nee. Wollte ran, aber da wäre ich nicht eher dran gewesen, als er. Oh Gott, jetzt werde ich gerade ein bisschen nervös hier und mache ganz viele Fehler. Das ist nicht so gut. Oh Gott. Geh doch bloß weg, Baller. Geh einfach weg. Ich will einfach dieses Spiel jetzt noch safe gewinnen und dann bin ich zufrieden. Ah, die Gegner. Oh, starker Move, also der eine hat ordentlich Erdribbling drauf. Oh, Gott, das will, dass der da nochmal dran gekommen ist. Oh, hätte ich gehabt, hätte ich gehabt. Hätte ich, hätte ich gehabt. Okay, Leute, ein paar spannende Matches, würde ich sagen. Lief aber ganz gut. Ja, war anstrengend. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, was ich nach die Angler für ein Projekt oder für ein Spiel bringen kann, gerne mal was in die Kommentare schreiben. Ansonsten kommen noch ein paar Folgen, immer mittwochs jetzt noch, wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Mittwochs, Mittwoche oder was auch immer, werden noch die Angler kommen. Aber dann so langsam werde ich wahrscheinlich ein neues Spiel, ja, anspielen. Genau, soweit der Plan. Schönen Dank fürs Einschalten. Rock League, immer noch ein Spaß, immer wieder. Zumindest, wenn man gewinnt. Wenn man verliert, ist es einfach nur Frust. Ja, und dann würde ich sagen, bis bald.